Willkommen zurück zu Dishonored 2. Wollen wir noch mal gucken? Wir speichern noch mal lieber, was sich hinter dieser Tür befindet. Oh! 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 Was ist das hier? Wo bin ich? Reich des Outsiders. Ich fühle wie sich etwas nähert. Sag mal Hallo! Und da ist er! Nice! Du freust dich doch! Ich hätte nie gedacht dich zu treffen. Ich sah den Tod deiner Mutter durch Intriganten, die nach deinem kleinen Reich gierten. Gerettet vom maskierten Mann. Ich dachte schon, das wär's mit der Aufregung. Jemand hat dein Leben zerstört. Du hast deinen Thron und deinen Vater verloren. Das ist korrekt. Und der Leila wird beides nicht so leicht hergeben. Also, was bist du nun bereit zu tun? Die kaiserliche Majestät. Und spürst du es schlau genug an, ohne ein Meer von Blut zu vergießen? Ja, sicher. Das habe ich Corvo vor 15 Jahren gefragt. Und ich hab's geschafft. Dieser Moment hat ihn verändert. Nun bist du dran. Sieht besser aus, Junge. Was? Nice! Das werden wir auch mal spielen. Es bret. Tief in mir. So ist es, als stünde ich am Rande von etwas. Wow! Alle Geschichten. Moment, Moment, Moment. Wir müssen mal eben was umstellen. Wenn das sowieso auf Deutsch ist, dann kann ich auch die Dialoge ausmachen, die Untertitel. Wenn ihr das doch möchte, dass ich die anlasse, ne? Haut's mal einfach in die Kommentare. Sie sind wahr. Dann machen wir das. Aber so kann ich schönere Screenshots machen. Oh, nice! Unglaublich! Wie das aussieht! Diese Grafik! Wo ist denn der Wal hin? Wo ist der Wal hin? So ein riesen Ding, ne? Kann doch nicht einfach verschwinden. So werde ich Vater retten und meinen Thron zurückerobern. Hallo, Corvo. Machen wir mal einen Screenshot hier. Sieht sehr sehr nice aus. What the fuck? What the fuck is wrong with you people? Egal. Speichern! Aha! Mein gewohnter Spießtiel kommt zurück. Cronen! Oh, ne. Mama! Ich kenne dich. Erinnerst du dich? Mama! Es ist lange her und viel ist geschehen. Aber auch dem Echo meiner selbst. Tut es gut, dass du hier bist. Tut es gut, dass du hier bist. Mutter. Du bist hier. Und doch nicht. In meiner Hand. Doch woanders. Nur eine Relize meiner Essenz. Die noch bei dir weilt. Wie sehr ich mich danach sehne, dich in meine Arme nehmen zu können. Das dauert noch ein bisschen. Doch höre mein Angebot. Geschenk. Und Fluch zugleich. Rufe mich zu deiner Hand. Und ich werde dich führen. Das Herz. Richtig. Spüre mit dem Herz ruhen und Knochen. So wie immer. Oh. Nice. Sind jetzt sehr sehr geil aus. Wo stecken wir das Herz so schnell hin? Achso, hier können wir raus. Ja, ja. Tricky. Moment. Wer ist Delilah wirklich? Wie konnte sie? Ich verstehe es nicht. Machen wir mal so. Moment. Screenshootet. Gründchen. Oder? Ja. Ja. Kaum jemand ist so wie Delilah. Ich habe sie aus Blut und Dreck entporsteigen sehen. Bis sie schließlich von den weisesten Gelehrten des Reiches stehen konnte. Ehrgeiz und Überleben. Kunst und Magie. Mit einer Raffinesse, die alle Omen sie zu Kriechern macht. Das Ende hast du ja am Dungl Tower selbst erlebt. Delilah spielt ein langes Spiel. Sie hat jede erdenkliche Qual erlitten. Und hat nun eine Krone. Aber ich verrate dir was. Sie hat etwas wesentlich Größeres im Blick. Könntest du mal irgendwann eine Geschichte bis zum Ende erzählen, bitte? Ach. Oh, guck mal, wir können weiter klicken da unten. Nice. Enter. Als ich zehn Jahre alt war, habe ich mich im Unterricht gelangweilt und von Schwertkämpfen und der Seefahrt geträumt. Jetzt erkenne ich, dass die Welt noch seltsamer ist, als ich gedacht hätte. Alles Vertraute wurde auf den Kopf gedreht. Aber ich werde das schon durchstehen. Auf der juwelenbesetzten Karte im Dunwall Tower ist Karnaka der südlichste Hafen des Reichs. Ein dicker, roter Rubin. Danke. So habe ich es mir gemerkt. Von nahem riecht die Stadt nach dem Ozean und fremden Gewürzen. Von nahem ist sie ein Sumpf aus Blut und Ehrgeiz. Die Heimat meines Vaters. Megan Foster ist eine Fremde, aber aus einem unbestimmten Grund will ich ihr trotz ihrer zurückhaltenden Art vertrauen. Sie hat mir geholfen und ich brauche Antworten. Delilah und der Herzog stellen mich als Mörderin hin und lassen meine politischen Feinde vom Kronmeuchler töten. Sie haben mir alles genommen und ich hol's mir zurück. Ready to take it back. Ey, die haben Windkraft! Nice! Oh nice! Noch ein Artefakt denn. Oh nice! Äh, ist das sowas wie speichern? Äh... Schreiben? Speichern? Sachen machen? Guck dir mal die linke Hand an! Guck dir mal an, wie geil das aussieht mit dem Handschuh! Äh... So... Jot... Knochen-Artefakte natür... Äh... Hier? Ah ja! Manchmal verbrauchen übernatürliche Kräfte kein Mahner. Nietzsche! Duellandenglück! Geringere Chance des Kugelstapel plus eins Kugeln mehr. Halt! Das kriegen wir auch hin. Das sieht sehr hübsch aus, das Knochen-Artefakt. Vielleicht sogar ein bisschen hübscher als früher. Wissen und Karten brauchen wir nicht. So, 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 hier alles mal weg. Hier auch weg. So, speichern! Du kannst mal wieder aufstehen. Lebe wohl, Kanaka! Abschied eines Musiker. Ich bin mir sicher, ich sollte irgendwas lesen, damit ich Infos kriege. So wie früher. Noch einmal spielen. Nein! Ich liebe dieses Spiel. Begrenzte Mittel. Es ist kein Palast mehr mit Münzen, könnte ich... Oh, ja. Uh! Die ist hübsch. Oh, Tür ist offen. Ich wollte eigentlich noch mal eben meinen Kaffee... einen Schluck trinken. Na gut. Dann nicht! Kann ich Waffen wegstecken? Wahrscheinlich nicht. Wartungsarbeit! Alles reparieren. Tür zum Lager freiräumen. Hafensteuer. Da ist ein offenes Fenster hier. Ich möchte mal behaupten, dass wir da rein könnten. Ich speichern mal. Wir wissen nicht, wo wir runter plumpsen. Tap, tap, tap! Hallöchen! Ist das hier auch mal offen? Anton Sokolor! Cap 15. Ja, ich befürchte, dass in dem Punkt andere Let's Player mir weit voraus sind. Mit dem Vorlesen. Haben wir das Herzchen? Und natürlich haben wir das nicht. Muss ich meine Kräfte erst wählen? Wo ich was habe in der Leiste? Oh, ich kann Kraft verbessern. Mit, mit, mit! Grünchen! Oh! Objekte ziehen! Zieh Objekte zu dir und fang es hier auf während du der Luft... Gleich nur bewusstlos, nur wenn du fällst, wie Zeit nicht verlangsamt wäre... Nein! Dann finde ich das hier geil. Oh, wir können auch noch kastümisieren jetzt! Boah! Ist das geil! Und wie kann ich es jetzt auswählen? Verdammt! Das wollte ich zum Beispiel nicht! Ich führe meine Kraft zurück! Wie stecke ich Waffen weg? Ist doch nicht mehr wahr! Steuerung, Schema, bla 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 bla... Was ist denn das jetzt? Achso... Was habe ich da gerade rüber geschoben? Oh! Schleichmodus, links, rechts, Schwert... Glocken, Schnellauswahl... Äh, ja! Schnellauswahl! Wo, 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 wo? Maus 3 halten! Na Gott! Noch was anderes? So schnell kann man ja gar nicht drücken! Fernglas ist Y! Okay, gut! Äh, Waffe einstecken halten, F! Ah ja, da haben wir es! Das habe ich gesucht! Der alte Sack! Was für ein Dreck! Zurück in die Stadt! Sie hätten... Ja! Ja, was! Moment, kann man das irgendwie ne... 7, 8, 9... 3... Ähm... Für den Notfall 4... Pistole... Ne, Herzmauer auf 2... Pistolenkugel... 5... Brandbolzen kommen auf 6... Perfekt! Sie sind wach! Wenn Sie reden wollen, erzähle ich was ich weiß! Warte! Ich wollte... Ich wollte Heizung lesen! Äh, Zeitung lesen! Manches haben Sie erklärt! Doch was wollten Sie und Sokolov hier? Der Alte liebt Kanaka! Aber er bekam Wind von einer Intrige um den Kronenmeuchler! Er wollte Corvo warnen! Hat augenscheinlich nicht ganz geklappt! Wir hörten von wachsendem Unfrieden! Korruption! Straßengewalt! Ich habe... es kaum beachtet! Normalerweise kümmert sich die Obrigkeit um solche Dinge! Du bist die Obrigkeit! Der neue Herzog ließ die Dinge schleifen! Aber Sokolov hielt ihn für den Kopf der Intrige! Er war schockiert! Und wenn Sie seine Geschichte kennen, dann wissen Sie, was das heißt! Wir wollten sofort nach Danwar! Aber es ist was passiert! Augenscheinlich! Ja! Die Luke klappte auf und Sokolov schrie! Ich habe nur kurz etwas gesehen, das ihn übers Deck gezerrt hat! Ich bin Ihnen nach, soweit es ging, zum Eddermeyer-Institut! Von der Alchemistin Hypatia! Vielleicht benutzt der Herzog einen Patienten! Den Kronenmeuchler! Eddermeyer! Na gut! Sehe ich mir an! Der Kronenmeuchler muss eliminiert werden und wenn die Alchemistin kooperiert, finde ich vielleicht etwas über Sokolov heraus! Was? Mit viel Glück! Bei meinem Glück wäre Sokolov so gut wie tot! Wenn Sie im Institut fertig sind, erledigen Sie den Wachtturm! Dann kann ich mit dem Beiboot kommen! Wir nehmen das Beiboot, wenn Sie bereit sind! Wird gemacht, einarmige Tante! Wenn ich auf dem Landweg zum Eddermeyer-Institut will, muss ich offenbar durch die Bahnstation! Okay, das sollten wir uns merken! Diese Ärzte! Au, au, au! Kronenmeuchler schlägt wieder zu! Denn Hypatia! Sie scheint all das Gute zu verkörpern, das im Reich möglich ist! Die Lila! Mortimer-Ramsey! Mortimer-Ramsey! Ohne eine Ratte! Das Blut des Hauses Abelette! In der Stadtwache wäre der Putsch nie gelungen! Richtig! Das hast du korrekt erkannt, Tante Emily! Fräuleinchen! Haben wir hier noch Sachen? Oh! Immer basteln, malen oder das Leben genießen! Das ist Sokolov! Ähm... Nice! Was wir hier alles bedienen können! Erstmal umgucken hier! Wow! So! Liebste Emily! Oder sollte ich sagen... Eure... Sokolovs Notizen! Blutfliegen! Ich habe überlegt, ob ich diese noch zu einem weiteren Buch bringe! Blablabla! Blutfliegen sind exotische Insekten! In Gruppen von drei oder weniger Individuen sind sie harmlos! Also wie Ratten! Blutfliegen werden von schnellen Bewegungen und Geräuschen angezogen! Oh oh! Ihre Nester können zerstört und schwaben damit zerstreut werden! Nester sind besonders anfällig für Feuer! Insekten benötigen frische Leichen zum Legen ihrer Eier, die nach Atemberaubend kurzer Zeit schlüpfen! Mehr Leichen in ihrer Sekunde! Ähm... Bedeuten auch mehr Blutfliegen! Das werden wir bei uns nicht haben! Interessanterweise bei Blutfliegen im letzten Abschnitt ihres Lebens wesentlich ruhiger! Überlassen den Schwarm! Mauern sich und werfen ihre Flügel ab! Danach leben sie Leben als Individuum! Also es sind nette Menschen dann auf einmal! Blutfliegen finden fast ausschließlich im Süden laben! Kaiserliche Majestät! Okay! Haben wir das auch gesagt! Es gibt etwas das Sie und Konvo so bald wie möglich erfahren! Moment! Einige, mehrere Wochen, Monate... Wird schon wichtig sein! Es geht um die Morde überall im Reich! Begangen vom sogenannten Kronenmeuchler! Als ich Grispell vor Jahren verließ, schwor ich... Mal irgendwas speichern! Wollte ich nur testen! Ich hatte Schlechtes getan! Das ist ein bisschen lieber da drin! Moment! Da... Da war ein... Da war ein... Ein Knochen-Dings! Das habe ich nicht gesehen! Ich kann nicht sagen... Eure kaiserliche Majestät! Es gibt etwas das Sie und Konvo so bald wie möglich erfahren sollten! Sch... Es geht um die Morde überall im Reich! Begangen vom sogenannten Kronenmeuchler! Als ich Grispell vor Jahren verließ, schwor ich... Mich nie wieder mit politischen Dingen zu befassen! Ich hatte Schlechtes getan! Aber auch Gutes! Wird schon wichtig gewesen sein! Wir wären nicht Emily, wenn wir drinnen rumgehen würden! Ballbord! Und da kommen wir nach Karnaka, oder was? Wollen wir mal kurz... Einmal hier umgucken... Was wir hier noch so haben... Guckt euch mal diese schöne... Grafik an! Hängen da hinten Wale? Nee! Ey, wie mach ich? Ja, y... Sehr, sehr geil! Und da gehen wir jetzt hin! Ja, tun wir! Aber nicht mehr in dieser Folge! Warum nicht? Wenn es wieder Zeit wird! Wir speichern mal hier! Und ich würde mir wünschen, dass ihr mir ein Abo da lasst! Dann verpasst ihr keine weitere Folge mehr! Und ihr verpasst auch nicht den Stream! Der ja jeden Tag jetzt kommen dürfte! Vaters Geburtsort! Vielleicht sind wir im Stream sogar schon weiter! Ich weiß es nicht! Weil ich erst diese Aufnahme hier gemacht habe! Mal gucken, was hier noch so ist! Und... Ja! Wenn euch die Folge gefallen hat! Und das ganze gefällt! Das Spiel total toll ist! Und ihr genauso überwältigt seid wie ich! Hä? Achso! Oh Gott! Das Schiff wird jetzt eigentlich um! Oder dürfen wir noch mitfahren! Dann lassen wir einen Like-Button da! Äh... Lassen wir einen Like-Button! Nicht da, sondern ein Like da! Den Button habt ihr ja schon! Klickt einfach mal drauf! Das tut dem manchmal auch nicht weh! Wie weit können wir? Ist das nice! Hey Ratten! Böse Ratten! Der Berant? Nein! Ich muss mich erst an die neue Technik gewöhnen, dass man Fenster und Türen zum Teil öffnen kann! Aber na gut! Üben wir mal ein bisschen Parkour auf hier! Und wir sehen uns dann! Macht's gut meine Freunde! Ja! 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 Ja!